Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Ihr könnt Kunst in Schule machen. Ja, auf jeden Fall. Das ist mal was anderes zu dem normalen Schulalltag. Wie findet ihr das Ganze hier? Also ich finde, unsere Schule ist jetzt ein bisschen schöner geworden. Früher war die noch so leer hier. Also mit dem Bauwagen, das finde ich ein schönes Prachtexemplar. Und dieser hübsche Moritz da vorne, der hat hier sehr viele Sachen gebaut. Und hier auch mit der Bushaltestelle finde ich auch sehr interessant. Mhm. Ja. Und würdest du sagen, das ist Kunst? Ja, es ist also eine wahre Kunst mit den Bücherregalen, mit dem Pinball-Bauwagen. Wir haben es sehr gut gemacht und so. Ja. Also ich freue mich schon immer, dass alles fertig ist. Ja. Ich habe es auch noch nie gemacht. Ja. 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 Ja.